Seit Warcraft 3 Reforged fällt es mir ehrlich gesagt schwer, mich noch auf Blizzard-Spiele zu freuen. Aber verdammt, Diablo 4 hat es geschafft. Mit jedem neuen Update klingt das Spiel immer besser. Und die neue Klasse von der BlizzCon bestärkt das nur. Weil sie genau all das betont, was mir beim ersten Anspielen von Diablo 4 damals noch etwas gefehlt hat. Mehr Freiheit, mehr Tiefgang, mehr ausgefallene Mechaniken und mehr Diablo 2. Also schauen wir uns doch mal an, was sich bei Diablo 4 so alles getan hat. Angefangen mit der Jägerin. Wie alle bisherigen Klassen kennen wir sie eigentlich schon aus den Vorgängern. Aber diesmal sogar bereits aus Diablo 1. Damals waren Klassen noch längst nicht so einzigartig ausdefiniert wie später in Teil 2 und 3. Also muss die Jägerin mehr noch als etwa der Droide für Diablo 4 ein paar neue Tricks lernen. Und das hat sie auch. Die Entwickler beschreiben sie als Mischung aus klassischer Jägerin, der Assassine aus Diablo 2 und der Dämonenjägerin aus Teil 3. Will heißen, sie hat Pfeile, schnelle Nahkampfwaffen und Fallen, genauso im Arsenal wie Elementar- und Schattenmagie. Als geschicklichkeitsbasierte Klasse soll sie rasant übers Schlachtfeld huschen und den Fluss eines Gefechts besser kontrollieren können als jeder andere Charakter. Und allein diese Gameplay-Szenen lassen sie einfach schon richtig spaßig aussehen. Aber gehen wir mal etwas tiefer. Was wir bislang von der Jägerin gesehen haben, deutet auf eine Klasse mit sehr vielen unterschiedlichen Bildmöglichkeiten hin. Zum Beispiel können wir uns auf Nahkampf, Fernkampf oder eine Mischung aus beiden spezialisieren. Denn die Jägerin hat immer gleichzeitig einen Bogen oder eine Armbrust und zwei Schwerter oder Dolche ausgerüstet, um je nach Fähigkeit rasant zwischen Pfeilfeuer und schnellen Hieben zu springen. Obendrein können wir all unsere Fähigkeiten auch noch mit einer von drei Magierichtungen verzaubern, ähnlich wie die Jägerin-Söldner aus Diablo 2. Frost gibt uns mehr Crowd-Control, indem es Feinde einfriert. Denn anders als noch in Diablo 3 hat Elementarschaden diesmal auch wieder passende Effekte, statt nur kosmetisch zu sein. Wobei die Kosmetik auch nicht zu kurz kommt. Giftattacken bringen nicht nur extra Schaden über Zeit, sondern schmelzen diese Ziegenmänner hier auch aufs Widerlichste in sich zusammen. Aber seien wir ehrlich, jeder Diablo-Fan weiß, die Kerle haben's mehr als verdient. Schattenangriffe wiederum verursachen extra Flächenschaden. Aber all das ist erst der Anfang. Die Jägerin wählt außerdem noch eine von drei Spezialisierungen. Kombo-Punkte kennen wir von der Assassine aus Diablo 2. Mit normalen Attacken bauen wir bis zu drei Punkte auf, die wir dann mit anderen Fähigkeiten für extra Schaden entladen. Das funktioniert sowohl im Nah- als auch im Fernkampf. Damit dienen Kombo-Punkte der Jägerin als eine Art zweite Ressource. Ihre Primär-Ressource wird aber einfach eine Art schnell aufladendes Mana. Sie hat hier kein ausgefalleneres System wie Hass und Disziplin beim Dämonenjäger. Das fand ich etwas schade, ehrlich gesagt. Aber die Rückkehr der Kombo-Punkte freut mich dafür umso mehr. Alternativ können wir auch die Schattenreich-Spezialisierung wählen. Die gibt uns eine eigene aktive Fähigkeit, mit der wir ein paar Feinde ins Schattenreich zerren. Da können wir sie dann schnell aus dem Weg räumen, ohne dass ihre Kollegen in der materiellen Welt uns dazwischen funken. Oder wir nehmen die dritte Spezialisierung, Schwächen ausnutzen. Dadurch erscheinen Verwundbarkeitssymbole über Feinden, wenn sie zu einer schweren Attacke ausholen. Treffen wir sie dann genau zum richtigen Zeitpunkt mit einem eigenen Angriff, kassieren wir dicken Bonusschaden. Das ist wohl mein persönlicher Favorit. Schon bei Diablo 3 hätte ich mir mehr Mechaniken gewünscht, die richtig schön skillbasiertes Gameplay und perfektes Timing statt blindem Metzeln belohnen. Diese Spezialisierungen können wir auch wechseln. Aber genau wie beim Skill-Respect soll das was kosten, damit wir uns trotzdem immer Gedanken machen müssen. Ich finde es jedenfalls klasse, dass Diablo 4 jedem Charakter so eine richtig einzigartige Kernmechanik spendieren will. Damit hören die Entwickler auch auf Feedback. Als ich es 2019 auf der BlizzCon spielte, wirkte mir nämlich vor allem die Zauberin noch etwas einfallslos. Inzwischen hat sie die Enchantment-Mechanik. Dadurch kann sie jeden ihrer Skills entweder in einen aktiven oder einen passiven Fähigkeitsslot einsetzen. So beschwört sie Meteore entweder selbst aktiv am Zielort oder lässt sie passiv automatisch um sich herum herabregnen. Blizzard baut damit zumindest auf dem Papier stark die Vielfalt aus, mit der ich meine Charaktere entwickeln kann. Und genau das wünsche ich mir ja von einem Hack'n'Slay. Wir erinnern uns, inzwischen hat Diablo 4 auch wieder echte Skill-Trees, in denen wir sowohl aktive Fähigkeiten als auch passive Zusatzfunktionen für sie freischalten. Ach ja, und klassische Attribute sind auch wieder dabei. Und nicht nur, dass die Nebenwerten auch unsere Skills verbessern, sie wirken auch noch bei jeder Klasse anders, damit sie immer alle nützlich sind. Bei der Zauberin etwa schraubt Intelligenz den Fähigkeitsschaden nach oben und Geschicklichkeit die Mana-Regeneration. Die Jägerin dagegen verbessert mit Geschicklichkeit ihren Schaden und mit Intelligenz ihre kritischen Treffer. Dass die Skills und Stats noch nicht tief genug waren, war bei meinem ersten Anspielen auf der letzten BlizzCon noch mein größter Kritikpunkt an Diablo 4. Die tieferen mechanischen Systeme, da finde ich könnten sie eben noch ein bisschen mehr Tiefgang einbauen. Ich hoffe, das tun sie vielleicht zum Release noch. Sie haben auch gesagt, sie wollen da Feedback abwarten, es wird eine Beta geben, bin ich sehr gespannt drauf. Und ich denke, wir wissen alle, was das heißt. Mir allein ist das zu verdanken, dass Blizzard seitdem genau in diesen Bereichen eine Verbesserung nach der anderen vorgestellt hat. Und dass die auch noch durch die Bank richtig clever klingen. Ich bin der oberste Diablo-Overlord und die Entwickler machen offensichtlich alles, was ich sage. Und seien wir ehrlich, genau so sollte es auch sein. Okay, vielleicht hat der Game Director Luis Barriga auch noch ein bisschen was zu melden. Deswegen habe ich den mal gefragt. Habt ihr mit Diablo 3 als Basis angefangen und dann gemerkt, dass ihr doch mehr in Richtung Diablo 2 gehen wollt? Und tatsächlich sagte Barriga, dass Blizzard manche Sachen wohl zu sehr vereinfacht hat. Von Diablo 3 will er aber auch nicht völlig abrücken. Diablo 4 soll irgendwo in der Mitte zwischen seinen Vorgängern liegen. Bariga will etwa das fantastische Kampfgefühl von Diablo 3 erhalten und verbessern. Und das schaffte Diablo 4 schon in der ersten Anspielversion ganz hervorragend. Wenn Diablo 4 jetzt also wirklich das Kampfgefühl von Teil 3 mit der mechanischen Tiefe und dem Stil eines Diablo 2 vereint, dann gebe ich hiermit als offizieller Diablo-Overlord meinen großzügigen Segen. Ja doch, ich denke, so können wir das machen. Aber nochmal zurück zu den Jägerinnen-Spezialisierungen. Die schalten wir auch noch auf interessante Art und Weise frei. Wir bekommen sie, indem wir in der Open World Aufgaben für drei verschiedene Fraktionen erfüllen. Aber nein, der Priester aus dem Trailer gehört zu keiner davon. Der ist einfach ein unabhängiger Auftraggeber. Wir arbeiten entweder für Söldner aus Kejistan, vermutlich die Eisenwölfe aus Diablo 2 und 3, wobei auch der Assassinenorden aus Kejistan kommt und zu den Kombo-Punkten passen würde, oder für die Schmuggler aus den Sümpfen von Havizar. Die dritte Fraktion sind dann die bekannten Jägerinnen aus Diablo 1 und 2. Unsere Jägerin gehört aber nicht selbst zu dieser Schwesternschaft. Deswegen ist die Klasse auch nicht auf ein Geschlecht beschränkt. Wir können auch einen männlichen Jäger spielen. Auf Englisch heißt die Klasse Rogue und die generische Übersetzung Schurke würde sie auf Deutsch vielleicht besser beschreiben. Optisch sollen wir mit der Charakteranpassung aber selbst wählen können, welche Art Jägerin wir spielen. Wir können den sehr klassischen roten Lederlook des Jägerinnenordens aus Teil 1 und 2 genauso anlegen, wie eine modische Assassin's Creed Kollektion. Wir bestimmen aber keine Herkunftsgeschichte oder sowas, mit der wir dann tatsächlich aus einer dieser Gruppierungen stammen. Was ich fast ein wenig schade finde. Aber gut, das wäre echt ein wenig mehr Bioware-RPG als Diablo. Dafür scheint ein neuer Screenshot endgültig die Rückkehr von Transmox zu bestätigen. Aber gut, das haben wir uns wahrscheinlich alle schon gedacht und die Entwickler haben es auch mehrfach angedeutet. Hier steht, dieser Look steht in der Garderobe zur Verfügung. Das würde es uns erleichtern, die Optik unserer Jägerin an unsere Vorlieben anzupassen. Auch cool, Loot soll optisch dazu passen, wo in der Welt wir ihn finden. Schwerter droppen in der Wüste etwa als Krummsäbel. Und auch spielmechanisch haben die Entwickler einige interessante Ideen für Items. Mit denen sie erneut auf Kritik an den etwas zu oberflächlichen Mechaniken der ersten Reveal-Version eingehen. In Diablo 4 soll jede Seltenheitsstufe ihren Wert haben. Magische Gegenstände haben die wenigsten Eigenschaften, können aber pro Eigenschaft die höchsten Werte erreichen. Seltene Items haben mehr Slots, dafür aber etwas schwächere. Und Legendäre ersetzen eine der Eigenschaften eines seltenen Gegenstands durch eine Legendäre. Das Besondere diesmal aber, legendäre Affixe können zufällig auf beliebigen Gegenständen erscheinen. Ihr könnt also den gleichen Effekt sowohl auf Stiefeln oder einem Brustpanzer kriegen. Was um einiges mehr Vielfalt bei der Charaktergestaltung erlaubt als etwa in Diablo 3, wobei den besten Builds fast jeder Item-Slot eindeutig auch ein bestes Item hatte. Und dann sind da noch Uniques. Das sind dann Items, die wirklich feste Eigenschaften haben und oft gezielt auf ihre Klasse zugeschnitten sind. Persönlich würde ich darauf tippen, dass man am Ende trotzdem meistens mit Uniques und Legendaries rumlaufen wird und nicht mit magischen Gegenständen, aber dabei doch mehr Freiheit hat als in Diablo 3 mit seinen sehr stark definierten Sets. Denn über Sets haben die Entwickler bislang noch kaum geredet. Also wollte ich von Luis Barriga mal wissen, ob die überhaupt noch im Spiel sein werden. Es wird sie also noch geben, aber sie werden nicht mehr fast jeden Klassenbild diktieren. Wozu ich erneut als großer Diablo Overlord sagen muss, ja, finde ich sehr gut. Mehr Freiheit und mehr Tiefgang ist genau die richtige Richtung. Außerdem sollen wir durch die Erkundung der Open World auch kosmetische Items wie neue Reittiere entdecken können. Die lassen sich dann ebenfalls weiter anpassen. Was einer der wenigen Punkte ist, die mich noch etwas skeptisch machen. Das könnte richtig cool werden, aber halt auch eine Brutstätte für Mikrotransaktionen. Und ja, wir wissen bereits, dass Diablo 4 welche haben wird, nur noch nicht, wie sie aussehen werden. Ich meine, die Entwickler haben doch tatsächlich sogar Pferderüstungen erwähnt. Aber gut, kann man ja auch besser machen als Bethesda damals. Sehr cool finde ich dafür die Lager, eine weitere Open World Mechanik, die wir grundlegend schon kannten, die aber auf der BlizzCon weiter vorgestellt wurde. Das sind von Dämonen überrannte Orte auf der Karte, die wir befreien können. Dann kehren etwa die Bewohner eines verlassenen Dorfs zurück und nisten sich da wieder ein, was einen neuen Wegpunkt und vielleicht sogar neue Händler und Quests freischaltet. Das ist dann eine dauerhafte Veränderung der Welt. Trotz Online Shared World wird das für unseren Charakter gespeichert. Es kann auch nicht passieren, dass uns einfach irgendein anderer Spieler zuvorkommt und das Lager vor uns freiräumt. Denn Diablo 4 markiert storyrelevante Gebiete als Singleplayer-Areale, bis wir da mit ihrer Story durch sind. Erst wenn wir ein Lager selbst etabliert haben, können wir da andere Spieler treffen. Davor können nur wir und unsere direkten Party-Mitglieder rein. Der Zustand des Lagers richtet sich dann nach dem Gruppenanführer. Aber ich bin ehrlich, ich weiß immer noch nicht 100% warum Diablo jetzt genau eine Open World brauchte und erst recht eine Always Online Shared World, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, ständig zufällig irgendwelchen wildfremden Leuten über den Weg zu laufen. Aber ich mag die Lager trotzdem. Dass ich damit die Welt tatsächlich nachhaltig beeinflussen kann, anstatt immer nur aufs Neue, endlos zufallsgenerierte Gebiete freizuräumen, gibt meiner Monsterjagd eben deutlich mehr Gewicht und Kontext. Das finde ich doch ziemlich cool. Es wird sich aber noch zeigen müssen, ob die Entwickler die Open World auch durchgehend interessant gestalten. Vor allem frage ich mich, ob es auch im Endgame noch große Anreize geben wird, sie zu erkunden. In Diablo 3 triebe ich mich da ja fast nur noch in Rifts rum. Werde ich in Diablo 4 also auch nur von Dungeon zu Dungeon rennen? Keineswegs, verspricht zumindest Lead Systems Designer Joe Pipiora, auch wenn er übers konkrete Endgame noch nicht so viel sagen will. We want to make sure that the world always feels valuable to the player as they're wandering around. Dungeons are exciting spaces, and we don't want to detract from those in any way. But we want to make sure that you want to wander through the world, you want to find new things. Like, I think Karina mentioned earlier, talking about, like, just the idea of, like, world bosses. Like, the idea of, like, Asheba, who we've shown off in the past, right? These represent, like, really massive encounters that exist out there in the overworld. The players stumble across, team up with other players, and overcome to get potentially quite good rewards. We want to find opportunities like that, literally throughout, without making any one particular activity the thing you should always be doing all of the time. Die Weltbosses sind theoretisch ein Beispiel für Open-World-Aktivitäten. Allerdings fand ich den einen Weltboss in meiner BlizzCore-Anspiel-Version damals richtig langweilig designed. Da muss noch deutlich mehr her. Aber das ist eine Frage für ein späteres Video. Um einiges mehr haben die Macher dafür schon zum PvP verraten. Der soll in eigenen Gebieten stattfinden. Wir können nicht überall in der Open-World andere Spieler angreifen. Aber in sogenannten Feldern des Hasses geht das jederzeit. Wir können uns hier auf andere Spieler stürzen, um ihre Scherben des Hasses zu kassieren. Die sind eine eigene Währung, die wir nur in PvP-Gebieten sammeln. Aber dort nicht nur durch PvP. Wir kriegen sie auch von Monstern und Events. Allerdings können andere Spieler sie uns jederzeit abknöpfen. Zumindest bis wir sie an solchen Ritualsteinen gereinigt haben. Dann gehören sie permanent uns. Das Fiese daran, wenn wir das Ritual beginnen, kriegen alle Spieler im Umkreis das mit. Und damit eine Chance, uns auszuplündern. Ach ja, und wer zu erfolgreich andere Spieler abmurks, der macht sich wiederum selbst zum Ziel. Er wird zu einem Gefäß des Hasses, dessen Ermordung anderen Spielern Boni bringt. Aber wenn er so eine Weile überlebt, kassiert er selbst ab. Unsere Scherben des Hasses können wir dann in PvP-exklusive Items, wie besonders martialische Kosmetics, und auf PvP ausgelegte Ausrüstung stecken. Die kriegen wir nur auf diesem Weg. Sie soll aber nicht stärker sein als Beute, die wir im PvE verdienen, nur eben anders. Ich gebe aber zu, mir ist PvP relativ schnurz. Dafür spiele ich Diablo einfach nicht. Aber ich finde trotzdem, dass das System von Diablo 4 recht spannend klingt. Es bietet in der Theorie zumindest einige Dynamik und lustige Situationen, in denen Spieler sich einander so richtig fies eins auswischen können. Ach ja, und sich die Ohren abschneiden können. Denn diese Ohren aus dem Trailer, das sind PvP-Trophäen für getötete Spieler, wie in Diablo 2. Sie werden aber vermutlich keine Währung sein, sagt Blizzard, sondern einfach zum Angeben existieren. Unterm Strich kann ich nur wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. All diese Mechaniken klingen richtig gut. Die erste Anspielversion von Diablo 4 war vielversprechend, aber hatte auch ihre Macken. Und seitdem hat Blizzard die doch tatsächlich alle gezielt angegangen. Für die Zukunft würde ich mir da eigentlich nur eins wünschen. Weiter so. Ach ja, und den Totenbeschwörer. Sorry Leute, aber gerade wenn ihr so klar zurück zur düsteren Ästhetik von Diablo 2 wollt, dann braucht ihr den Totenbeschwörer. Ich weiß, dass irgend so ein Leak von 2019 den Paladin als letzte Klasse erwähnte und dass der viel besser passen würde, weil es mit dem Droiden ja schon eine Beschwörerklasse gibt. Aber der Leak damals meinte auch, dass die Amazone statt der Jägerin kommen würde, also Totenbeschwörer. Gut, hätten wir das auch geklärt. Aber mal abgesehen von der bescheuerten Idee, den Droiden als Beschwörerklasse zu nehmen, hat jeder neue Blogeintrag und jedes neue Update zu Diablo 4 bei mir die gleiche Reaktion ausgelöst. Jep, das ist genau richtig. Nun ist natürlich noch einiges offen, denn all diese Änderungen zeigen ja auch, dass Diablo 4 sich noch in einem ziemlich frühen Stadium befindet und sich alles nochmal ändern kann. Und über all dem schwebt halt weiter der Geist von Warcraft 3 Reforged, der mir ins Ohr flüstert, Vertrau Blizzard nicht zu sehr. Die haben kein Problem mehr damit, jedes noch so coole Versprechen auch einfach wieder zu brechen. Was nicht besser gemacht wird dadurch, dass die Firma das Reforged-Debakel auf der BlizzCon doch tatsächlich einfach komplett totgeschwiegen hat. Selbst als Blizzard-Chef J. Allen Brack, Diablo 2 Resurrected mit alten Blizzard Remasters verglich, erwähnte er doch ernsthaft nur StarCraft Remastered. Aber ich erlaube mir jetzt trotzdem einfach mal ein wenig Optimismus für Diablo 4. Es ist ja auch nicht zu konstruktiv, das Spiel allein für die Sünden eines anderen zu verteufeln und einfach für sich genommen, macht Diablo 4 halt einfach einen richtig vielversprechenden Eindruck. Das kann alles noch in die Binsen gehen und dann werde ich als Diablo Overlord richtig wütend sein. Aber jetzt freue ich mich erstmal drauf. Los in Beto Los Os Los Knack Los Los